So Leute, ähm, ja, unsere Zuschauerzahl hat sich wieder mittlerweile noch um eins erweitert, das heißt, ähm, noch lauteres Lachen für euch, noch größere Schmerze durch Lachen für mich. Egal, wir gehen weiter unten lang, denn ich hab mich ein bisschen selbst gespoilert. Ja, ich wollte einfach wissen, ob es dafür lohnt, hier unten lang zu gehen. Und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Ha, ich muss hier unten lang gehen. Ist das nicht toll? Und als wäre das nicht noch genug, ich muss natürlich auch wieder zurück. Aber, bis es soweit ist, ähm, ja, ne? Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob es überhaupt jemals in diesem Leben soweit kommen wird. Okay, Renn, Forest, nein, Willi, hab ich dich getauft. Okay. So, 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 schön. Und wir rennen jetzt! Spring, 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 Kumpel. Ich, 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 irgendwann eines Tages noch. Eines Tages, dann werde ich, eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde, wie nennt man solche Art von Spielen? Ich weiß es nicht. Jump'n'Run würde ich schon nicht sagen, dafür ist es viel zu teuflisch und sadistisch. Wer sagt Kaiser Mario wäre schwer? Also, ernsthaft. Egal. So, und wir knallen den ganzen Scheiß hier von den Decken. Und jetzt, Renn, spring, oh Gott, ich bin sowas von. Ich hab's geschafft. Hui! Schön. Und nochmal, und... Oh, Leute! Es ist nur dein Bein, das hab ich eben schon mal angesprochen. Was stellst du dich da so... Ja, und ich springe aus Versehen drüber. Hui! Ich überlebe auch Stürze aus, äh, 8000 Kilometer Höhe. Hallo, Kätzchen. Möchtest du mich auch auslachen, auch auslachen? Dann setz dich bitte auf den Couch. Danke. Okay. Na? Ja, ich würd dich erschlagen. Gut. Ich stand nicht drin, aber hey. Bums, okay, Renn. Nein, 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 nein. Och. Ich denke, jedes Mal ich werde getroffen. Jedes verdammte Mal. Lauf, läuf, läuf, danke. Und spring. Oh, schön. Ich komme mal weiter. Nein, eigentlich überhaupt nicht, aber ich verstehe diese Stelle mittlerweile. Bringt mir auch nicht viel, weil ich muss ja noch... Oh, war das knapp. Hör! Okay, einmal springen und einmal springen. Danke. Danke. Wunderbar. So, die knallen wir wieder ab. Warum tut man mir das an? Das frage ich mich immer und immer wieder an diesem Spiel. Oh Gott, okay. So, ähm. Millie ist wieder reingesprungen. Das heißt, wir... Gut, gut. Das freut mich doch sehr. So, kommt jetzt noch irgendwas Teufelsches? Wir rennen einfach durch. Run, run, run. Schön, okay. Und wir müssen den Scheiß hier aufmachen. Ja. Ich hätte mich jetzt eigentlich gedacht, what the fuck, das war alles. Nein, und jetzt dürfen wir wieder zurückgehen. Ist das nicht toll? Und wisst ihr, was das Beste ist? Also ich weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich ist natürlich kein Checkpoint für uns verfügbar. Nein, warum denn auch? Ich meine, Checkpoints werden überbewertet. So, ich gehe ganz nah ans Vieh ran und springe einfach an normal. Weil, nein, es wird nicht klappen. Ach nein. Springt, ach du Otto, wo... Ach ja. Da unten ging es auch lang übrigens. Was? Woo! Checkpoint! Oh! Ich muss mir eben recht kontrolliert. Geil! Oh, wie schön. Ey, jetzt habe ich echt wieder Motivation gekommen. Jetzt kann das Ding mich auch nicht mehr abfacken. Außer wenn Joey nicht springt! Und ich nenne ihn die ganze Zeit Joey, obwohl ich ihn Willi genannt habe. Ich bleibe jetzt bei, was mir gerade so spontan heißt. Okay. Egal, wir haben ein Checkpoint erreicht. Jetzt kann mich echt nichts mehr aufhalten. Und jetzt... Jetzt... Danke. Wo sind die Viecher? Ich habe sie weggeglitscht. Egal. Bei dem Spiel überhaupt nicht schade drum. Dam, 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 dam. Ich balle die Faust. Cam and Cam. Das wäre jetzt ideal. Aber nein. Nein, nein, nein. Nein! Können wir aber auch sein lassen. Spring. Spring. Ja! Aber das schaffst du doch auch nochmal, oder? Ja! Warum habe ich mir da nicht so einen Stress? Ha! Ha! Geil. Okay. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist, äh... Time for revenge. Kann ich jetzt nicht von ihr treffen? Ne, natürlich nicht. Weil, äh, einfach so. Hey. Hey. Rein, rein, rein. Warum denn jetzt auf einmal? Ja, das war sonst nie so. Ich bin immer einfach durchgerammt. Immer einfach durchgesprungen. Es ist nie was passiert. Aber jetzt auf einmal, meint Joey. Ja. Ich bin eigentlich ein ganz guter Gärtner. Und legt sich mit den Pflanzen an. Fail. Schaktaraktar. Wir springen drüber. Als ob wir das noch nicht gehabt hätten. So, warte. Von hier an muss ich... Oh. Das ist eine... Millimeterabfrage hier, Leute. Pura Konzentration. So heißt das Wort. So. Ich kann das Ding noch nicht abschließen von hier. Das habe ich gerade eben versucht. Nein, ging nicht. Moment. Vielleicht... Auch nur vielleicht. Ja, das war gut. So. Und ich habe erfahren, die Steine können mir hier gar nichts anhaben. Während ich hier oben rumlaufe. Toll. Ja, ich bin leider ein bisschen minimal gespoilert dadurch. Aber... Scheißegal. Scheißegal. Und was soll dieser Vogel hier? Ja, das weiß ich mittlerweile leider auch. Aber... Naja. Ab danach wird es wieder... Completely das... Nur das, was ich schon gesehen habe. Bam. Yay. Wir haben den... Was auch immer das für ein Vieh darstellen soll. Denn das wird für uns etwas machen. Darum wird böse, böse Pflanzen. Und... Hallo. Ja. Gehst du da bitte rein? Danke. Okay. Und jetzt können wir uns an die Starakwiten. Uah. Wieso hat der jetzt eigentlich einfach losgelassen, der Ekelhafte? Ich habe so eine ganz bloße Vorahnung. Och, nö. 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 Oh. Na gut. Da oben frisst unendlich lang. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Doch, das soll uns nicht weiter stören. Na na na. Na 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 na. La 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 la. Okay. Run, Forrest. Jetzt heißt er Forrest. Ich will nicht wissen... Na. Wobei. Die Anzahl der Narben ist doch noch geringer als die Anzahl meiner Tode in diesem Spiel. Zack, 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 zack. Oh. Oh. Wie knapp das hier alles wird, mein lieber Herr Gesangsverein. Hahaha. So. An der Pflanze mal kurz vorbeirennen. Nur damit ich jetzt hier wieder zurückrennen kann. Ist das nicht episch? Ja. Ist es. So. Der Stein hätte mich jetzt getötet. Der Stein hätte mich getötet. Wie viel mich wundert, dass das Spiel so eine humane Seite beweist und auf einmal ich diese Steine hier nicht mehr töten kann, wenn ich hier oben langlaufe. Ist ja eigentlich auch realistisch, aber. Haha. Wir spielen Out of Swirl. Wow. Was auf einmal wieder flüssig läuft. Puppel. So. Hoch, 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 hoch. Boah. Das ist schon die Kette auf der Runde. Ich bin schon mal nicht. Los. Und irgendwie hat der einen komischen Fetisch, dieser Junge. Boah. Ja, ja. Es gibt ja halt so Leute, die stehen auf einiges, ne? So. Wir sind wieder hier. Können den Tsunami auslösen. Und dann darf ich daran denken, den ganzen Rotz nochmal zu machen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir einen Checkpoint gewährt kriegen. Die Checkpoints sind nämlich sowieso generell so genial gewirrt. Und die Safe-State-Funktion in diesem Raum ist kaputt. Ist das ehrlich? Oh, ich bin so froh, dieses Spiel im Spiel zu haben. Und ich danke. Äh. Moment, halt. Ne, doch, doch, doch. Das ist richtig. Spring. Oh, Junge. Junge. Okay. So. Wir lösen die Welle aus. Das ist die... Nein, das singe ich jetzt garantiert nicht. Okay. Und? Stirb. So. Spring. 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 Ja. Ja, 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 ja. Spring. Oh. Gott, Sacramente. Okay. Haben wir das auch geschafft. Schön. Das freut mich. Mario. Maler. Okay. Bomben wir die Wand weg. Und... Damn. Okay. So. Okay. Wo müssen wir langen? Ich will weiter. Ähm. Verdammt, ich habe vergessen, wo wir lang mussten. Ich glaube, hier war richtig. Okay. Doch, das war richtig. Otto? Mit Sollett er zu lang? Habe ich einen Checkpoint erreicht? Ist das Spiel abgestürzt? Beides? Nein, das war falsch. Ne, das war richtig. Hä? Hä? Das ist doch der Oberreweg. Ja. Das ist irgendwie... Fail. Was zum Teufel? Ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Hä? Wieso bin ich jetzt oben? La, schön. Das Spiel. Äh, ja. Egal. So, wir gehen nochmal unten lang. Dam, 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 dam. Dam. Ich frag das einfach nicht weiter. Nach. Ich frag das nicht weiter nach. Ich bin sowas von, ähm... Ein Sprachwunder. Okay. Und aus dem Typen da unten, der uns die Faust gibt, habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Das heißt, ich gehe jetzt direkt nach hier oben. Schön. Hard Rock, halleluja. Damit ich den jetzt direkt... Ähm... Was zum Teufel? Das war unfair. Dein PC handelt gegen mich. Hahaha. Aber was ist neuer Code? Oh, kalt Biest. Neuer Code, ja. Neuer Code. Das ist schön. Wieso? Welche Farbe hatten der jetzt? Aha. Okay. Ja, wir gehen wieder zurück. Nussbraut. Hahaha. Äh, trotzdem. Was war das? Wieso handelt der PC gegen mich? Wieso geht auf den Desktop, wenn ich gerade abgeknallt werde? Unfair. Unfair. Ja, genau. So. Und wir machen den ganzen... Aber mir geht's gerade gut, weil wir hatten einen Checkpoint und... Jetzt geht's mir schon wieder nicht ganz so gut, weil, äh... Wie ich immer hier oben rausgebracht werde... Oh, mein Gott. Jesus. Okay. Machen wir es trotzdem einfach mal. Vielleicht bringt's ja was. Ah! Oh, wenn ich gucke. Geht das schneller? Ich hab ihn verarscht. Okay. Oscar! Nimm es weg! Hm. Ach, egal. Oh, ich... Gott, woher hat denn das? Ja, ja. Ich will es gar nicht so genauer kommentieren. Das habe ich schon gesehen. Ah, dieses Spiel vermittelt Botschaften. Ich hoffe, ihr habt keine Stalagmiten zu Hause. Das sind... Stalagmiten sind doch die Dinge, die von oben kommen. Oder sind das die Stalactiten? Nein, die sind von... Stalactiten, die hängen. Die hängen auch. Da habe ich sogar vertan. Verdammt! Verflucht seist du. Out of this world. Wir sind tatsächlich ein bisschen weitergekommen, Leute. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ich glaube es selber fast kaum. Fast kaum. So, mal gucken, ob das Spiel ich jetzt wieder auf den Desktop schmeißt, solange ich hier hingehe. Hör, schieß! Scheiße. Lalalalalalalala. So, wie das geht, wissen wir ja schon. Wir machen einfach mal vorsichtshalte die Barriere. Zack. So. Haha. Haha! Okay. Wir laufen. Hallo. Na? Oh, aufgeplatzt. Ähm, jetzt fällt mir kein schlechter Witz dazu ein. Ähm, 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 ähm. Ähm, nee. Mir fällt kein schlechter Witz dazu ein. Okay. Hm, schön. Ach ja. Ach ja. So, jetzt guck ich mir mal den Rotz hier an. Wie ging das nochmal? Also, keine Ahnung. So, jetzt guck ich mir mal den Rotz hier an. So, jetzt guck ich mir mal den Rotz hier an. So, jetzt guck ich mir mal den Rotz hier an. Vielen Dank.